Göttchen, ey, blöden Leute. Ist so blöd, Mann. Alter, Shayk, hoff du übertreibst! Ich kriege noch neun. Was? Die lebt ihr live und so. Emma! Emma! Jacob, hier drüben! Hast du's gehört? Was? Da war so ein Schrei. Er klang wie von Abby, aber nicht die gute Art von Schrei. Ich höre dich nicht! Okay, gut, du bleibst da. Ich geh das eben checken. Was? Im Ernst jetzt? Ja. Ja. Ja, tut sie. Ja, das tut sie. Hältst du wohl gern, Fluxy? Hältst du wohl gern? Hast du wohl gern? Hast du wohl gern? Ja, was stellen wir jetzt an, Leute? Ui, dann mach ich mal ASMR, ich kann das Geräusch ganz gut. Wo ist Nick? Atmen, Abby! Geh und hilf, Nick! Geh! Schatz, hast du das Licht gerade ausgemacht im Flur? Bitte sag, du das warst. Das ist nicht lustig, sowas, ne? Echt nicht. Wenn ich hier gerade ein Horrorspiel spiele, mach das Licht wieder an. Das ist nicht witzig, sowas. Ehrlich nicht. Ich hasse das, sag, was los ist. Okay, ich mach das. Matze, 9191, danke für dein Follow. Und herzlich willkommen. So ein Arschloch. Fick dich einfach. Abby, entspann dich! Es ist nur ein Spiel! Ja, genau! Wenigstens muss ich den Typ nicht lenken. Wir nehmen die Abkürzung. Wuh! Bocke sind gut. Wuh! Ballerina! Ryan! Du heißt es etwas! Wuh! Geistgeräusche kann ich machen. Ja, guten Abend, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie war dein Samstag bisher? Go, Ryan! Go, Ryan! Go, Ryan! Abkürzung, komm, go! Du kannst das! Du bist heiß! Ups! Scheiße! Es tut mir leid. Das war ein Versehen. Moment, ich muss kurz nachlesen. Samstag sind irgendwie immer zu kurz. Ja, das ist wirklich so. Kann ich absolut so unterschreiben. Das stirbt jemand. Oh mein Gott. Scheiße, erst mal Arschwummel und Pürmeln. Ja, es war einfach so. Oh mein Gott, es tut mir leid. Ehrlich. Ich gebe mir echt Mühe, dass die, dass, ne? Ehrlich. Der packt den einfach am Nacken, ne? Oh, das war der quatschende Knopf. Oh, das war der quatschende Knopf. Wenn man am WR arbeiten muss. Ja, sowas ist ätzend, ne? Der hat sich einfach den Finger weggeschaut. Oder so. Na ja, ist ja nix. Wow, du hast Nick getötet. Heilige Scheiße, Alter. Er wird jetzt das Simpsen. Ich muss weg. Komm, kannst du gehen? Komm, wir müssen weg. Los jetzt. Komm, zurück ans Feuer. Ja, sorry. Ich kann nicht einfach den Typen abknallen. Also du bittelst eher bei dem, dass er dich schnell zerquetscht. Okay. Ich hoffe, der reißt mich nicht wieder auseinander, wenn er erstmal loslegt. Nein, der ist nicht der Blech. Oh Gott. Ja, und der läuft nackt durch den Wald. Ja, warte, dann halt nackt das Mädchen auf dir, Jacob. Was machst du hier? Hier passieren Dinge. Hallo, nicht knurren. Hast du das auch schon gespielt, Charlie? Nö. Okay. Es ist auch so eine gute Idee, nackt durch den Wald zu laufen. Ne? Wisst ihr Bescheid. Okay. Oh, ihr toucht mit Tralala. Mein Ding-Ding-Dong. Oh nein. Mama Sau wurde, glaube ich, gerade gefressen. Oh oh. Knack. Ich glaube, Muttersau wurde gerade gefressen. Nein, wir rufen nicht. Das wäre dumm. Ich bin jetzt mal weg. Bis später. Okay, Charlie. Danke, dass... Oh, ich bin jetzt fort. Nein. Ah, mach. Danke, dass du da warst, Charlie! Oh doch! Bitte! Bitte, Mann! Lass mich runter, okay? Tu mir nicht weh, bitte! Oh mein Scheiße, was zum Teufel machst du?! Wir sind so lebendes lecker Gulasch! Lass dir nicht mal einen Brocken von einem Mann! Nein, nein, wir machen nix, wir sind nett! Lecker Gulasch, ja! Hängender Spießkämmer! Du hast jetzt besser die Augen! Was soll denn das?! Stopp! Hilfe! Hilfe! Schmeckt übel, oder? Ist aber gut für dich! Wo willst du jetzt hin, Kleine? Siehste, wenn wir nett sind, ne? Hä? Bitte, uns nicht einfangen! Da hängt ein Schwein! Mama Sau! Ja, Mama Sau wurde auch gefangen! Es kommt mir so vor, als wärst du gerade erst hier gewesen! Ja! Ja! Also, zeig! Was hast du da? Es ist der Stern! Hm! Sterne! Hoch am Himmels! Zelt! Boten des Lichts! Der Hoffnung! Bestimmung! Oder unserer Bedeutungslosigkeit! Und Angst zu verzweifeln! Vertraue auf das Licht des Sterns! Denn es bringt dir Klarheit! Und Gewissheit! Vielleicht! Merke dir! Es steckt stets mehr dahinter, als du denkst! Wenn du magst, zeig ich's dir! Okay! Okay! Machen wir weiter! Wieder nach Hackett's Quarry! Wieder nach Hackett's Quarry mit dir! Oh, das wird ein Spaß! Muss leider auch gehen! Jetzt kommt hier nichts zur Ruhe heute! Okay, Faye! Danke, dass du da warst! Ja, ich werde auch jetzt gleich Feierabend machen! Noch ein bisschen entspannen danach! Ähm, danke für den Follow an Nele8917! Und schön, dass du da bist! So, wir gucken uns noch mal ganz kurz den Weg an! Wer's findet, dem gehört's! Ryan rannte durch den Wald und konnte gerade noch sehen, wie Nick von einem Jäger weggeschleppt wurde! Schoss nicht auf den Jäger! Sah mit an, wie sich der Jäger seine Finger abschoss! Igitt! Ablenkung! Jacob lenkte den Jäger nicht ab! Der Jäger schüttete Jacob Blut ins Gesicht! Okay! So, wir gucken mal! So, auf der Insel ist jetzt Emma! Septimus See war früher das Herz des Steinbruchs und wurde nach Septimus Heckel benannt, der die Entscheidung traf, den Steinbruch zu schließen und zu fluten! So ebnete er den Weg für die spektakuläre Rückkehr zur Natur, wie wir sie heute sehen! Achtung! Schwimmende Unteraufsicht erlaubt! Okay! Gut! Aber, Leute! Das ist eigentlich ein guter Abschluss, finde ich, persönlich! Kapitel 3 Ähm, ich würde tatsächlich sagen, wir machen jetzt Schluss! Wir raiden jetzt! Ähm, und ich guck mal kurz, wen wir raiden! Oder habt ihr Vorschläge? Wollt ihr jemanden? Ach, guck mal! Die Charlie ist online! Da raiden wir doch direkt drüber, oder? Hör mal! So muss das hier! So, ich mach mal ganz kurz hier! So! Ja, Flixi, du hast schon deine 10 Tickets! Mehr gibt's nicht! Ähm, so! Oh, die Charlie ist da! Wir gucken mal, ob sie auch jetzt wirklich im Just Chatting schon sitzt! Ne, die ist noch, ähm, starting soon! So, ich guck mal kurz hier! So! Ihr könnt mich nicht erschrecken! Das geht nicht! Und danke für die 5 Bittys, Flixi! Mein Gott, gib doch nicht so viel Geld aus! Du hast heute schon voll viel Geld ausgegeben hier! Süße! Ähm... Ja... Okay... Ich hab dich aber zweimal gehabt! Ja, hast du! Okay, ich behalte mal kurz hier die, äh, Charlie im Augenwickel und mach jetzt hier noch ein Stückchen weiter, solange... Kapitel 4, keine Panik! Es war... Es war so schnell und... Und da war ein Jäger! Es war einfach... Oh, Abby! Hier! Was? Zeichne es! Zeichne was? Das, was euch attackiert hat! Genau, zeichne das! Nick! Hey! Kumpel! Kannst du mir sagen, was die gemacht haben? Gemacht? Er ist voll daneben! Ja! Der, der, der Jäger! Stimmt! Ja! Da war ein Typ! Und... Ach! Noch was anderes! So eine Art Tier! Was denn für ein Tier? Nein, nein! Ich hab nur einen Kerl gesehen, der ihn wegschleppen wollte! Der ist wahrscheinlich einfach noch verwirrt! Der Kerl war echt riesig und sauer! Aber Nick! Was hab ich denn? Ist Abby... Ja, hey, hey! Sie ist okay! Mann, sie ist da drüben! Grauen und... Zähne! Direkt auf mir drauf! Ich glaub, es war ein Bär! Ein Bär hätte ihn zumalmt! Vergiss es! Ich dachte, hier gibt's keine Bären! Nein! Dachte ich auch! Oh, fuck! Schau mal da! Schau mal da! Shit! Das schwarze... Voll infiziert ist! Es verbreitet sich krass übel! Echt krass übel, Alter! Oh, ja! Druck! Oh, sorry, Mann! Sorry! So, drücken, 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 drücken! Schon okay! Ist okay! Tut das weh! Oh, ja! Das soll ja auch weh tun! Also... Was? Das muss weg, bevor es sich ausbreitet! Was? Das muss weg, bevor es sich ausbreitet! Du bist echt so ein vollidiot! Ich versuch nur zu helfen! Er braucht nur einen Arzt! Er braucht Notfallversorgung! Und wohl! Einen guten Psychiater! Ja! Einen guten Psychiater können wir alle! Dylan hat das nicht gefallen! Wenn der Mensch keine Schmerzen hat, ist er nicht mehr zu retten! Ja! 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 Das ist wahr! Hey! Ich hab ne Knarre! Und kann damit umgehen! Glaub ich! Bei Unfall zum Beispiel! Ja, ich weiß! Ja! Hau lieber ab! Wie tapfer! Wie tapfer! Okay! Also... Lodge klingt im Moment irgendwie ziemlich gut, was? Oh Gott! Halt dann allein! Nicht schießen! Tu's nicht! Hu! Ich will euch retten! Gewinnspiel-Account 1! Oh Scheiße! Danke für dein Follow on Fury 1990! Vielen Dank für dein Follow! Herzlich willkommen! Was? Tausend. Mit der Fluminium. Wie! Wie. 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 Ja, finde ich auch. Aber das ist eine echt lange Geschichte. Oh. Ja, nein, das ist echt krank. Mhm. Dezent. Ich muss Emma holen. Ey, was soll das? Hey, ich brauch das, okay? Da ist's gefährlich. Mann, wir müssen Nick und Abby schützen. Ja, aber ich muss Emma retten. Sie ist ganz allein. Vielleicht steckt sie gar nicht in der Klemme. Ja, aber ihr vielleicht auch nicht. Willst du mich absichtlich nerven? Nein, ich rette absichtlich meine Freundin, Arschloch. Tja, sie ist nicht mal deine Freundin, Mann. Nö, ey. Wow. Ups. Ich wusste nicht, dass das passiert. Das ist Bullshit. So wie es ihr geht. Wenn sie auf der Insel ist, geht sie bestimmt gut. Und dann noch eine Begegnung mit Käpt'n Erlösung? Echt nicht. Okay, bei der Sip Line ist bestimmt noch ein anderes Boot. Von dort aus komme ich auf jeden Fall bis zur Insel. Wir müssen zurück zur Lodge und Hilfe holen. Wie denn? Nick kann doch nicht laufen. Ey, ich hab ne Idee. Sehr gute Idee. Finde ich gut. Danke. Oh, Leute, kommt. Das war witzig, ne? Das mit Jacob und der Knarre. So, wir sind jetzt bei Emma. Ach, guck mal. Da ist sie jetzt online. Sehr gut. Wir raiden jetzt, Leute. Herzlichsten Dank dafür, dass ihr alle da wart. Für die ganzen Follows, die Biddys, die verschenkten Abos. Und Leute, ehrlich. Das war echt, wow. Heftig. Wir ready jetzt die gute Charlie. Und, ähm, ja. Leute, wir sehen uns spätestens Montag. Eventuell mache ich morgen Sequary zu Ende. Bin mir aber nicht sicher, ob ich echt viel lernen muss. Ähm, und ja. Lasst, äh, Liebe bei der süßen Charlie. Und, ähm, seid alle ganz lieb. Und, äh, ich lieb euch alle ganz doll. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ne, meine Süßen? Bis dann, Baba. Das machen schon, genau, sehr viele Leute bei Kader. Vielen Dank.